Hi und herzlich willkommen hier zu meinem kleinen Format Hunger. Heute machen wir eine Curry-Reissuppe und alles was du dazu brauchst, findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Die gehackte Zwiebel mit den Äpfeln in Öl andünsten, Reis mit dünsten, mit Mehl und Curry steuben, dann mit Hühner-Bouillon auffüllen und das Ganze für ca. 20 Minuten köcheln lassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe dir hat mir eine kleine Folge hochgefallen, drück sehr gerne einen Daumen nach oben, abonnieren würde mich auch sehr freuen und bis zur nächsten Woche. Tschüss! Musik 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 Musik